Suxi Q steht nicht zum ersten Mal vor der Kamera. Die junge Frau macht normalerweise Pornos, doch jetzt macht sie Stimmung gegen Donald Trump. Sie ist eine von vielen Pornostars und Sternchen, die sich im US-Wahlkampf auf die Seite von Kamala Harris geschlagen haben. Auch Holly Randall macht Werbung für die Demokratin. Sie hat Angst, dass deren Rivale Donald Trump die Pornoindustrie verbieten wird. Normalerweise kommt so etwas unter dem Denkmantel des Jugendschutzes, um Kinder und Frauen zu schützen. Aber in ihrem Projekt 2025 steht ganz klar, was sie wollen. Und da steht, wir wollen Pornos verbieten, wir wollen jeden Pornodarsteller ins Gefängnis werfen. Projekt 2025, das ist ein Plan zur Umgestaltung der Politik bei einem Sieg von Donald Trump bei der anstehenden Präsidentenwahl. Ich will ganz klar sagen, dass Trump selbst die Pornoindustrie egal ist, also ob sie verboten wird oder nicht. Trump interessiert sich nur für sich selbst und was ihm nützt. Und wenn es ihm nützt, dann wird er auch ein Gesetz unterschreiben, das Pornos verbietet. Für ihn ist das nur ein Weg zu seinem Ziel. Aber eigentlich ist ihm das egal. Mit der Kampagne Hands of my Porn wollen die Darsteller vor allem junge Männer davon überzeugen, Trump nicht zu wählen. Schließlich wählen vor allem Männer Trump. Und vor allem Männer sehen sich auch Pornos an. Wir wissen ja, wie es endet, wenn man Pornos kriminalisiert. Das ist kein Witz oder wie in einer griechischen Tragödie. Wenn man eine ganze Industrie für illegal erklärt, wenn man sie kriminalisiert, dann zieht man damit auch Kriminelle an. Die Kampagne hat bereits mehr als 200.000 Dollar für Internetanzeigen ausgegeben. Natürlich vor allem auf Pornoseiten. Die Kampagne hat bereits mehr als 200.000 Dollar für Internetanzeigen.